Hallöchen. Hi. Hi. Hallo. Du hallo. Du auch. Hier ist keiner. Okay, kleine Ankündigung für heute Abend. Ein Yu-Gi-Oh! Online-Turnier. Ein Livestream von mir. Oder? Fortschrass. Wir sind uns ganz ehrlich. Wir wollten ja gestern eigentlich schon machen, aber gestern hatten wir technische, technische, ja, ihr wisst schon, was ich meine, Probleme. Technische Probleme. Und das haben wir beschlossen, dass wir das heute machen. Nein, ich habe keinen Sprachfehler, das war mit Absicht. Ja, wir machen das heute. Nämlich entweder mit R auf. In der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Oder, da ich es schon probiert habe, werde ich aufnehmen die zwei Möglichkeiten. Entweder er oder ich. Das wollte ich nur in dieser Ankündigung mal sagen. Also, heute wird es auf alle Fälle was. Wenn es bei Roxas nicht klappt, wird es bei mir sein und andersrum. Ja, aber ich weiß ja schon, dass es bei mir klappt, denn ich habe alles eingestellt und ein Tutorial-Video auf YouTube gesehen. Deswegen sage ich ja, wenn alles nix nützt, wenn alles nix nützt, frag YouTube. Die wissen immer alles. Ja, das wollte ich nur mal schnell gesagt haben. Und deshalb heute um 8 Uhr, abends, nicht wie ich gestern gedacht habe, früh. Ja, machen wir ein Yu-Gi-Gi-Gi-Tournier-Livestream. Ich werde verlinken. Meine Seite. Und die von Roxas. Und dann werdet ihr ja sehen, welches Offline ist und welches nicht. Oder? Ich werde gucken. Ich werde einfach mal den Roxas fragen, was er dazu hält. Vielleicht sagt er auch nur, ich werde nur meinen Link reinfügen. Wenn er sagt, wir probieren es bei ihm, dann werden wir seinen Link einfügen. Ihr werdet sehen, was für ein Link dann steht. Also, freut euch schon mal drauf. Heute Abend um 8 Uhr, Yu-Gi-Gi-Oh! Online. Das wird funfucking-tastisch. Na ja, gut. Wir sehen uns dann heute als Weihnachtsspecial. Bis dann, Freunde. See ya! Untertitelung des ZDF, 2020